Ladies and Gentlemen, wir sind wieder back in action. Project Zomboid, heute wieder bei Tradonia. So Tradonia, wo treibst du dich rum? Ich bin oben bei diesem Bein. Ah, ich sehe schon. Warst du bei dem Container hier vorne schon gucken? Nein, ich trage das ganze Zeug. Ich bin total überfüllt, ich muss hier nur rein. Ach, mach mit Ruhe, alles gut. Erste Hilfekasten für einen ganzen Container. Ernsthaft jetzt? Und das Ding ist leer. Und eine kleine Plastikflasche, die reicht im Grunde genommen schon. Wir brauchen irgendwas, eine Plastikflasche, ja. Das wäre nicht schlecht. Ich meine, ich muss das jetzt ja alles auf. Ich muss mich ja selber erstmal waschen. Sonst war es das gleich. Guck, dass du dich ausruhst. Wir düsen dann anschließend sofort durch, dass wir zu der Hütte kommen. Wie? Wie? So, wie ich es gesagt habe, wir gehen an der Straße entlang, zu Fuß. Besser denn, du findest irgendwo ein Auto, was du mal eben schnell knacken kannst. Das schaffe ich nicht von der Uhrzeit. Ich habe morgen noch die letzte Geschichte. Das schaffe ich nicht von der Uhrzeit. Das schaffe ich nicht von der Uhrzeit. Wir können jetzt hier noch das Zeug holen und versuchten noch ein bisschen anstrengen. An irgendeine Flasche zu finden, das dauert damit endlich an Benzin. Nahrungssuche. Das ist jetzt aktuell das Arn, wo das hier ist. Irgendeine Flasche zu finden, das kriegen wir das Benzin nie irgendwo aus. Ah, hier finden wir eine Flasche. Leere Bordel, die hat eine Flasche, das muss doch schon reichen. YoungBring, das ist alles Alkohol. Das ist wohl schon leer. alter schwere auch leer auch leer ich hab da ne idee Acker es ist so mal eine Seegast nicht zufällig oder? dann hat sie dann schon erledigt es ist ja wieder kein Wasser nichts ist in der Küche nix oder was? ist leer schon für die ganzen Kantinen jetzt habe ich ja keine Bandage ich hab da auch immer eine schwierige Fenster drauf hm Was meinst du, wie lange bist du ungefähr noch online? Halbes Stündchen. Oh, das geht. Oh, nee, die Bierflasche funktioniert auch nicht. Ach, komm. Ah, naja, klar. Irgendein Auto wird doch wohl jetzt hier mal Sprit drin haben. Ich werde jetzt hier mal auf der Hauptstraße die ganzen Autos eben knacken. Der hat ein Interior, da ist gar nichts drin. Ach, erzähl nicht. Ah, ganz vergessen hier oben, das Buch leer. Benzin-Kanister, endlich. Da geht doch. Ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche mich. Wo bist du? Mach die weg. Ich brauche Bandagen hoch. Wo bist du gerade? Immer noch mit den Autos, am Parkplatz. Alles klar. Ich weiß nicht, wo du hinkgerannt bist. Hauptstraße. Oh, warte, ich muss nachladen. Ich habe nur 10% Moral. Bandagen sind alle dreckig. Dann ruft ihr eben ein paar zusammen, ja. Ich gebe dir Deckung. Versuch mich. Ich habe noch was dabei. Ich sollte auch noch was rankriegen, ne? Ich habe 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 noch was rankriegen. 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 Mich würde mir gerne interessieren, wo die auf einmal alle herkommen. Ich habe keine Ahnung, die müssen alle aus dem Wald gekrochen kommen oder irgendwo. Brauche ich irgendwie was zu essen. So, die Karre hat kein Sprit. Keine Anzeige. Auch kein Sprit. Was ist mit der hier? Die hat Sprit, wie viel weiß ich nicht. Gut, wie gar nichts war da drin. Besser als nichts. Braucht wirklich Sprit. Wo stehen die Autos der Straße? Sind das genug dort oben? Ja, komm mit. Ach ja, du brauchst ja ein bisschen. Bisschen langsam. Was hältst du denn davon? Den Generator kann ich dir abnehmen. Das war so was von klar. Trotz mich ab, ey. Das ist dieses Ding. Kraftschau 15%. Batterie kann ich auch nicht ausbauen. Mach mal, entsperr mal die Karre. Ist entsperrt. Sperrt sie schnell. Ist entsperrt. Boah, jetzt muss der Schraub drehen. Ist der Schraub drehen. Der Schraub drehen ist nicht da. Die Karre ist eh Schrott. Gehen wir rüber zur Hauptstraße, ne? Ja, ich muss erst mal jetzt versuchen, irgendwie das Zeug grün zu holen jetzt. Was ist das denn hier für einer? Der zählt nicht. Der ist auch Schrott. Den kannst du auch vergessen, die Karre hier. Ich hab einen Schraubenzieher. Ich will dich mit diesem LKW fahren, auch wenn er gut aussieht. Meiner hat keine Muckis. Das gibt's doch nicht. Kannst du kurz schließen? Ja, Moment, ich komm. Ich muss das Zeug erst mal hier einsammeln, alles. Wir rennen uns mal von A nach B. Kein Problem. Mach mal das aus folgendermaßen. Ich krieg's jetzt meine Nagelpistole, meine Munition dafür. Komm, Generator nehmen. Bist du im Haus, ne? Ja, ich hol das ganze Zeug. Ja, warte, ich nehm den Generator, nehm ich dir ab. Den kann ich im Rucksack fangen. Ich hab alles, komm raus. Geh halt mal den Generator mal. Warte. So, da liegt das Brett, kommt um raus. Das braucht man noch nicht. Das kann raus, raus, raus. So, Trader, guck mal hier. Die nimmst du jetzt. Und die ebenfalls. Ich fahr, ja. Ich fahr, ja. Welches Auto wird es denn? Ja, der hier. Er war, ich weiß, ist der Motor gut überhaupt? Guck mal jetzt. Da war doch irgendwas an der Kleine, war da nicht so gut ausfragen. Motor, 43 Prozent, das reicht. Na gut, hat zum Schluss. Auch wenn sie geht, das macht. Benzin haben wir auch noch 30 Prozent, das reicht, oder nicht? Kann ich probieren, warte. Schon wieder so ein Heilpon. Okay, 30. Also gut, jetzt sind wir schon mal ins Auto. Die 30 Prozent nehmen wir für den Generator beim Haus auf. Normalerweise müssten wir mit dem paar Prozent, die wir haben, ich sag mal erstmal rüber zur Tankstelle, meinst du nicht? Würdest du den ganzen Weg runterfahren? Müssen wir den Wagen erst kurz schließen, ne? Sonst kann ich nicht. Achso. Sehr schön. Okay. Wir sollten nicht durchfarmen. Wir haben mehr als Knob-Nägel. Farmen müssen immer ein Stück vor. Dann schießen wir, dann fahren wir wieder ein Stück vor. So machen wir es. Weil ich habe ganz schlechte Sicht, nämlich gerade, weil ich so schwer verletzt bin. Deswegen. Alles gut. Deswegen. Ich fasse am besten dann rückwärts, wenn zu viele kommen. Bevor wir uns verkeilen, weil ich habe Fenster auch, ne? Du nicht. Wir machen das schon, keine Sorge. Falls wir unterwegs was Besseres sehen, guckst einfach, ob das Fahrzeug passt. Wenn jetzt irgendein Fahrzeug siehst, okay. Okay. Ja. Vor und Rückplatz fahren dann. Schön Munition sparen, ne? Wenn wir Glück haben, kommt gleich ein blauer Muster. Den hatte ich vor uns gesehen. Tempre, die Nagelpistole. Die ist gleich Schrott. Mach keinen Scheiß. Das ist kein Witz. Okay. Das heißt, du bist dann bald... ...muss es durchfahren. Ich würde sagen, ich schieße jetzt nicht mehr, versuche es jetzt durchzufahren. Ja. Nur noch, wenn es nicht anders geht. Ja. Wie gesagt, und wenn jetzt gerade keine Zombies sind, du siehst ein besseres Auto, dann nehmen wir das. Was ist denn mit dem hier vor uns? Wenn der die Marotau ist kaputt, das sieht man so von hier. Und der rote? Ja, sehe ich leider nicht. Das sehe ich von hier nicht. Ich sehe nicht, ob da ein Kratzer ist. Mag mal daneben und warte erst, bevor du aussteigst. Der ist bitte gut aussehen. Halt mal an. Boah. Ja, der ist besser. Okay, warte, warte. Kraftstoff ist auch voll. Dreck knacken, das Ding. Okay, ich steig aus. Wenn ich an die Fahrradtür komme. Wenn ich... Bei Fahrradtür, ich mach auf den, komm her. Geht mir Deckung. Du kannst. Burt schließen und zwei Meter vorfahren. Oh. Das reicht schon. Ach so, äh, warte, warte. Na, da war der, wo ich da rechts. Shake it, baby. So, gleich kommt die Kreuz. Vergiss nicht, na. Einmal rechts und dann gleich links wieder. Der Motor ist hier schon gelb, na. Also, das ist doch frasch. Wegen meinem. Da wäre der Mustern gewesen. Aber weiter geht's. So, möchtest du jetzt durchfahren oder... Weiterfahren, weiterfahren. Nein, weiter geht's. Weg hier, weg hier, weg hier. So. Und? Da liegst du doch, ne? Jetzt. Die nächste links. Hinter dem LKW müssen wir rumfahren. Aussehen, da ist so ein Holz-Ding. Ah, das Fenster. Alles gut gerade. Das war knapp. Wir sind jetzt, äh... Jetzt müsst ihr vorsichtig sein. Wir sind hier nämlich verreckt. Ja, genau da. Ich weiß nicht, wie ist er das? Das ist er. Da ist er. Da ist er. Jetzt langsam. Jetzt ist... Ob du da durchkommst. Da war nämlich ein Baum dahinter. Okay, das war's mit der Waffe. Da kommst du nicht. Sag nicht, geht nicht, geht immer. Jetzt sag ich zu. Jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch gerade irgendwie... Oh, langsam! Bisschen nur noch geradeaus und dann einmal links am Ende. Boah. Ich wollte gerade selber aussteigen. Boah, brauchst du gar nicht. Warte mal. Der Abstand reicht. Ja, das ist ten years later, ne? Aber ich hab nicht geahnt, dass hier so viele Autos sind. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Aber eigentlich sind wir jetzt so weit von der Stadt weg, jetzt sollte eigentlich auch ein bisschen Ruhe sein langsam. Ja, bist auf den einen Schreier auf der Straße da. Wenn wir das schaffen, würde ich mich freuen. Und die Horde hier vorne. Boah. Jetzt langsam fahrt nicht, dass hier irgendwo noch Frack auf der Straße steht. So, die nicht, nicht, die, nicht, nicht. Weiter, 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 weiter. Die nächste, ja. Ja, die nächste, dann sind wir da am Haus. Das ist, ja, das ist das Haus. Links und dann wieder rechts. Und da müssen wir es nur überleben, dort, ne? Am Haus. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwo eine Säge finden. Das reicht dann schon. Ich mach uns später fertig und ich hol uns erstmal so ein paar Fische aus dem Wasser. Ich, äh, die Säge. Ich hab ne Gartensäge. Dann haben wir schon gewonnen. Ich hab das Messer dabei. Vielleicht gucken, dass die Hütte frei ist. Die wird nicht frei sein, davon gehe ich aus. Endlich, Tranne, endlich. Ja, aber warte, warte, ich kann nicht, ich bin auf 5% auf der, ne? Oh, das ist jetzt verschlossen. Mach zu, hinter mir. Ja, besser ist es. Auto mach ich aus. Jetzt gucken wir erstmal hier. Stopp, 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 stopp. Vorher war da jetzt reingehen. Ich muss zum Brunnen, ich will hinter das Haus zum Brunnen. Mach das. Haus, oh, temporary, Haus, Haus, voll. Haus ist voll. Die schlagen uns die Scheiben alle kaputt, wenn wir da jetzt nicht reingehen. Ja, lass es kaputt schlagen, die können wir reparieren. Nimm das, du Penner. Erstmal Luft hier in den Kabuff reinlassen. Schade werden, es ist aber schade, dass die Scheiben jetzt kaputt machen, ne? Boah. Tadel, es gibt Schlimmeres, glaub mir. Lockt die alle raus, ich helfe dir sofort. Du musst noch direkt gucken, was mir die ganzen Zombies hier loswerden. Jede einzelne Leiche lockt irgendwo was an. Das ist wie bei den Hunden. Je heftiger das Zeug stinkt, desto geiler werden die Zombies dadurch. Mach ich erst gar keinen Wasch. Doch, da ist ein Waschbecken in der Ecke. Ach, da unten. Noch eine Brechstange, geil. Ah, Tadel, guck mal hier. Hast du den Benzin, keines der da? Wir haben Benzin. Ja, haben wir nix hier. Was, ist Infizieren noch nicht warm? Nein, glaub ich nicht. Was, das ist alles Benzin hier? Ja, das ist Benzin. Einen Cocktailmixer hab ich. Tja, ich werde dir wahrscheinlich verrecken, weil ich mich nicht verarzen kann gerade. Die kommen raus, Tampi. Willst du ein Lagerfeuer machen? Machen wir gleich, ja. Ich glaube, das ist ein Lagerfeuer. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Geil, endlich Die draußen sind noch Zombies Agrarwirtschaft Bäume, geil Das waren sie, oder? Bikini Tools ist schon mal kleines Was denn? Kann das Ding nicht machen? Hier, Lagerfeuermaterialien Aus dem Grund kann ich das nicht platzieren Steht hier Äh, du musst auch erst was draus basteln Hab ich noch Lagerfeuermaterialien? Ja Stack du die Leichen Ich guck mal nach hier Hast du ein Feuerzeug dabei? Nein Wie willst du Feuer machen? Ja Wow, wo kommst du näher? Ich geh mal den Schockmäcken begutachten Was haben wir denn hier? Hm Mix Fehlanzeige Wenn wir die ganzen Leichen gestapelt haben Müssten wir mal gucken Dass wir da Irgendeiner wird ein Feuerzeug dabei haben Oder Steil Ich hab grad die Koffe Keiner? Das ist nicht gut Wobei Ich glaub das brauchst du eigentlich gar nicht Muss ich mal ganz kurz gucken Ich glaube du kannst auch so ein Survival Kit herstellen Leck des Todes auf Doom Oh na toll Das Haus hat überhaupt kein Essen Soße mit Erbsen Wir haben den Flair Gang hinten drin Das ist nicht gut Oh man, das Haus ist ja komplett leer. Müssen wir mal gucken, dass wir um Feuerzeug herkriegen, oder? Ich nehme das Auto mit, ich fahre mal zurück zur Straße. Muss das auch tanken, oder? Ach nee, ist ja gut. Wir brauchen ja im Grunde genommen nicht viel. Ich werde hier vorne jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ich guck mal in die Autos rein, die hier vorne sind. Da haben wir den ersten Hi-O-Pyro schon. Komm her. Brauchen wir noch irgendwas Spezielles, um Gras zu entfernen, um die Pferde zu entfernen? Ach, das geht mit der Machete dazu an. Mit der Hand geht's glaub ich auch so. Oh ne, das ging was nicht. Hier steht Gras, ist nicht dabei das Menü. Ach stopp, jetzt, jetzt, jetzt. Ach stopp, jetzt, jetzt, jetzt. Hier soll es alle Löcher direkt wieder rauskommen. Mit einmal hoch und wechs hier den ganzen Wald. Das ist gut. Hmm. Hm. Nichts. Kommen Sie, kommen Sie. Ja, Tralle, alles Nichtraucher, was soll ich dir sagen? Wo ist eigentlich das weiße Fahrzeug, der voll beladen hat? Nee, das weiße Fahrzeug. Wer hat noch... Ach, vergiss es, wer hat den Server gemeint. Na gut. Genau. Ist hier keiner Zigaretten oder irgendwas dabei hat? Betroffen? Nein, aber ich muss was anziehen. Wir kriegen da richtig Probleme, wenn wir die Zombies liegen lassen. Stell dir mal vor, bist ne Zombie auf der Kalypse, bist Raucher und hast ne Woche dann keine Kippen. Schlecht gelaufen, so geht nicht mehr. Richtig mieser Petrich. Richtig mieser Petrich. Ich reiß im Haus grad das da raus. Ich werde es sowieso nicht überleben, weil ich kann die Hunde ja nicht messen. Aber fasz wenn er. Diese Hendel. war sprich repить den Weg in Berlin über Samstag. Untersuchung... Ich weiß nicht, ob ich auch noch da fühlt. Oh, das werden doch ein bisschen viele hier im Malz. Du musst überleben, wegen Hausbeinspruch, ne? Jaja, klar. Sterben ist jetzt keine Option. Die Zombies, die ich rief. So, wie man in den Wald hinein hupt, ich sag mal, so kommt's mal wieder raus. Oh, ich seh da oben was. Das entzückt meine Augen. Kaugummi-Zigaretten, super. Immer noch nichts. Ahem. Ahem. Time. Ahem. Ahem. İhh. Ahem. 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 Der ist ja schon mal weg. Nichts, absolut nichts. Ich hab nen Kopfgeldjäger. Der ist ja schon mal weg. Ach, nix, nix. Ach, das gibt's doch nicht. Als ob die mich jetzt erwischt hat. Mistrad. Ich weiß es. So, nix gefunden. Absolut nichts. Wenn ich jetzt noch länger hier bleibe, ist lebend gefährlich. Ne, ne. Was haben wir denn auf der anderen Seite hier? Stehen hier auch noch Autos? Du kannst auch nichts anbauen, weil wir, wie gesagt, keine Gartenchippe haben. Ne, Schippe haben wir doch da. Im Lagerhaus. Hoch. Garage unten. Da war eine? Ja. Wenn du reinkommst, direkt rechts im Schrank. Habe ich definitiv eine gesehen. nach der Wahrnehmung. Glauben wir mal schauen. wenn wir schon mal anfangen und mir ein paar Sachen anbauen können, weißt du? Das würde ich gerade machen, Schna. Das ist doch blöd, was das ist. Mach mit Ruhe, rennt doch nicht. So, in der Zwischenzeit werde ich gucken, dass ich den ganzen Wald hier vorne um eine Ebene kann. Wie gesagt, wir haben leider überhaupt nichts zum Desinfizieren hier. Du wolltest auf Schwer spielen, hier hast du dein Schwer. Mach wie damals, als wir Kinder waren. Spucke drauf und die Sache ist gut. Was haben wir denn da? Wie sehen wir, wenn ich angepintet? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Wenn 42 rauskommt, wäre das auch gar nicht nur so eine schlechte Location. Ja, da muss man erstmal los, wie die ganzen Tiere zum Beispiel züchten. Aber dann müssen wir erstmal mal schauen, wie die Karte generell aussieht. Da wird ja noch viel mehr gekommen. Ja, klar. Ich frage mich, wie man das dann unterirdisch macht. Oder ob man selber auch einen Keller anlegen kann. Jetzt stell dir mal vor, die Spitzhacke, ja? Die könntest du dafür verwenden, um zum Beispiel Wände unterirdisch einzureißen. Weißt du, wie ich mein? Mal schauen. Dann könnte sie den doch Fluchtbüter rausbauen, wie El Chapo. Komm, wer hat sowas? Das ist das. Das war's für heute. Wo ist der Kollege jetzt so durch? Erschöpft. Absolut keine Ausdauer. Instandhaltung. So Trelle, bevor du gleich abhaust, ich hab nen Rucksack für dich. Möchtest du einen haben? Ja. Und ich brauch deine Säge, das ist ganz wichtig. Ich hab das Zeug alles rausgebrochen. Das liegt alles bei deinem Ordnung. Sehr schön. Weil ich glaube, ich kann sowieso nicht viel machen, weil wenn... Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis ich das... Also ich werd schon langsam krank. Zahlen müssen wir das ausbauen langsam mal. Ich claim das. Ich lebe ja noch ne Weile. Ahem. 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 Da hab ich jetzt ein bisschen aufgeräumt. Weißt du, was wir machen können? Was? Oben der Schuppen, der da hinten steht. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben doch hier in der Hütte so einen kleinen Raum, wo Kühltouren drin stehen, ja? Ja. Die könnten wir komplett voll mit Eisenkisten machen. Und den ganzen Fisch, den wir einlegen, den packen wir da rein. Die Eisenkisten? Ja klar, die machen wir komplett voll. So. Du meinst in die Kühlkrone? Genau. Aber warum nicht? Überlebe den ersten Tag. Ich bin über 24 Stunden, warte mal. Jetzt offiziell am Leben. Kommen wir jetzt erstmal rüber zu dir. Dann reißen wir uns erstmal einen halben Rotwein rein. Wo bist du gerade? Ich reiß nur noch hinterm Auto das Gras raus. Ah, hier bist du. Okay. Komm her. So. So, weil wir bis hier hingekommen sind, ziehst du das ganze Ding erstmal weg. Ich... Du weißt schon, dass ich kein Boot mache. Du bist doch kein Alkoholiker mehr. Zieh runter das Ding. Haben wir's zu feiern. So, guck mal. Tatsache, wir haben eine Gartensäge. Geil. So, bitte. Vielen Dank. Okay, also eine Sache ist bei mir infiziert. Welche? Erzähl. Der Kopf kann ich aber nicht machen dagegen. Wir haben Wasser hinten. Waschen euch die Birne ab? Tut uns wahrscheinlich alle mal gut. Das funktioniert leider nicht. Äh, schade. Ich weiß nicht, wie der Spieler das Hand hat, wenn man die Infekte... Ja, das ist ein Moduskrupp teilweise. Das ist immer auch wieder 50 Minuten drin. So, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt einen Cut. Du wirst ja auch wahrscheinlich gleich schlafen müssen, ne? Ja. Jodi Jutz. So, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns die kommenden Tage wieder. Bis demnach.